Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1489 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir genießen das Leben nicht nur im Urlaub, sondern jeden Tag. Wir genießen das Leben nicht nur im Urlaub, sondern jeden Tag. So viel Spaß wie hier hatten wir beide schon lange nicht mehr. Ich messe deine Taille mit dem Maßband ab. Du bist sehr schlank. Ich messe deine Taille mit dem Maßband ab. Du bist sehr schlank. Die Lunge lässt Sauerstoff aus der Luft in den Körper gelangen. Die Lunge lässt Sauerstoff aus der Luft in den Körper gelangen. Wir arbeiten in einem Großraumbüro zusammen und verstehen uns gut. Wir arbeiten in einem Großraumbüro zusammen und verstehen uns gut. Wir fahren mit sechs Personen und viel Gepäck. Deshalb fahren wir mit zwei Autos. Ich erstelle Schnittmuster und führe in meiner Schneiderei auch Änderungen an Textilien durch. Am Black Friday verkaufen viele Einzelhändler Artikel viel billiger als sonst. Am Black Friday verkaufen viele Einzelhändler Artikel viel billiger als sonst. Am Black Friday verkaufen viele Einzelhändler Artikel viel billiger als sonst. Wir haben die Prüfung zusammen bestanden. Wir haben die Prüfung zusammen bestanden. Wir haben die Prüfung zusammen bestanden. Wir starten das Projekt gemeinsam. Morgen geht es los. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Rolf ist so unzuverlässig. Ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Rolf ist so unzuverlässig. Ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Rolf ist so unzuverlässig. Ina war krank. Ab morgen geht sie wieder in den Kindergarten. Heute möchte ich dir ein besonderes Geschenk machen. Heute möchte ich dir ein besonderes Geschenk machen. In dieser Fabrik wird Zement hergestellt. Meine beiden Töchter lieben es, in der Küche zu backen. Ich zeige ihnen, wie es geht. Meine beiden Töchter lieben es, in der Küche zu backen. Ich zeige ihnen, wie es geht. Meine beiden Töchter lieben es, in der Küche zu backen. Ich zeige ihnen, wie es geht. Nach den Yoga-Übungen kuscheln wir gemeinsam auf dem Sofa. Nach den Yoga-Übungen kuscheln wir gemeinsam auf dem Sofa. Nach den Yoga-Übungen kuscheln wir gemeinsam auf dem Sofa. Bei Olivenöl lege ich immer Wert auf gute Qualität und kaufe es daher nur im Reformhaus. Bei Olivenöl lege ich immer Wert auf gute Qualität und kaufe es daher nur im Reformhaus. Bei Olivenöl lege ich immer Wert auf gute Qualität und kaufe es daher nur im Reformhaus. Es tut mir leid, dass der Wert der Investition so stark gefallen ist. Damit hätte niemand rechnen können. Es tut mir leid, dass der Wert der Investition so stark gefallen ist. Damit hätte niemand rechnen können. Ich muss erst eine Recherche durchführen, bevor ich die Daten in die Tabelle eintragen kann. Meine Firma hat mir einen größeren Wagen zur Repräsentation zur Verfügung gestellt. Meine Firma hat mir einen größeren Wagen zur Repräsentation zur Verfügung gestellt. Meine Firma hat mir einen größeren Wagen zur Repräsentation zur Verfügung gestellt. Gemeinsam schauen wir uns die Ergebnisse an. Haben wir alle Argumente berücksichtigt? Gemeinsam schauen wir uns die Ergebnisse an. Haben wir alle Argumente berücksichtigt? Meine Haare werden immer länger und schwieriger zu pflegen. Meine Haare werden immer länger und schwieriger zu pflegen. Trotzdem lasse ich meine Haare weiter wachsen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Abgeschön. Glocken Sie bitte ein wenig. Untertitelung des ZDF, 2020